Die Sendung wurde live untertitelt. Was in den letzten Wochen passiert ist, haben wir uns gedacht, dass es besser ist, wenn du nicht hier bleibst. Ich möchte, dass du dich hier wie zu Hause fühlst, okay? Du darfst gerne rumlaufen, dich umschauen. Wie heißt das Pferd mit den weißen Streifen zwischen den Augen? Hieß es nicht Glory? Kann ich ihn mal reiten? Nein, er ist störrisch. Niemand kann ihn reiten. Deswegen haben sie ihn verkauft. Warum will Lily so ein schönes Pferd verkaufen? Um Aussehen geht's hier leider nicht. Okay, Glory. Ich werde dir nicht wehtun. Aber gehen reicht nicht. Er müsste galoppieren. Sie hat eine wirklich tiefe Verbindung mit diesem Pferd. Und er ist auch nicht gefährlich. Ich hätte vieles besser machen können, so vieles, als deine Mutter. Es war damals sehr hart für dich und auch für mich. Ich finde, du bist ein besonderes Mädchen. Ich möchte, dass du auch so denkst. Seasons change and nights are long I wake And remember Und er ist gut für dich. Und er wurde ich gerade in der Zeit. Und er war damals sehr früh. Und er war damals sehr früh. Und er wurde ich auch richtig. Und er war damals sehr früh. Er ist sehr früh. Ich bin nicht ganz ges糖.